Mir ist Natur sehr wichtig. Sie ist unser Lebensraum. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Natur intakt bleibt. Schwemmholz fasziniert mich eigentlich so, den Ausgleich zum Arbeiten in der Natur zu sein. Wir entnehmen dem Ried das Holz, suchen die schönsten Stücke aus. Mit den Jahren sind wir sehr selektiv. Und Schwemmholz hat auch etwas damit zu tun mit der Veränderung der Umwelt. Bei der Autowahl bin ich sicher auch viel wählerischer geworden. Für mich ist eigentlich heute das wichtigste der Antrieb. Und für mich ist völlig klar, ich möchte CO2-neutral fahren. Und natürlich soll das Auto auch schön aussehen. Das ist mir schon auch wichtig. Und für mich ist es eben so klar gewesen, wenn ich sage, ich fahre ein Elektroauto, dass eigentlich der Strom aus einer neuen Warenquelle kommt. Sei das hier zu Hause, wo ich das Auto mit selbst produziertem Sonnenstrom bedanke. Dann schliesse ich für mich den Kreis. Dann ist es auch für mich glaubwürdig, um zu sagen, ich habe einen Beitrag zur CO2-Neutralität geleistet. Was mich besonders freut, und darum bin ich auch im First Mover Club. Ich kann mir einfach mein Gefühl schon vorstellen, wenn ich meinen Arbeitsweg hinter mir lege und fast mit einer gewissen Genugtuung oder Zufriedenheit weiss, ich fahre jetzt die 100 Kilometer völlig sauber. Ein Barr Basso. Grau. Es mote. Fahre jetzt. Vielen Dank.